Grüß euch, ich bin Elisabeth Erhard, ich bin 21 Jahre alt, ich studiere im Bayerwald, ursprünglich komme ich vom Däckern, wer mich hört, und ich würde gerne die zehnte bayerische Bierkönigin werden, weil Bier einfach für mich ein Stück Hormat ist, das wichtigste Kulturgut, das wir in Bayern haben, und in Frankens Bier einfach dazugehört, wir haben nicht gelassen die Brauereidichte der Welt, deswegen ist es mal wieder Zeit für eine Bierkönigin aus Franken und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn sie mir auf der Seite www.bayerisches-bier.de wenderts. Merci allen und Prost!